Noch ein Ausschnitt für mein Album. Aber jetzt geht's weiter im Programm mit der Story. Und das ist auch hier schon in der Nähe, sehe ich gerade. Das ist ja sehr praktisch eigentlich. Das war wirklich nicht geplant. Aber hey, umso besser für mich. Aber da ist noch ein Comic-Heft. Und ich möchte das unbedingt haben. Yum, 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 yum. Comic-Heft, haftig. Comic-Heft. Ja, Comic-Heft. So. Wo ist denn der Eingang hier? Irgendwo hier unten. Irgendwo hier unten. In den weiten Fernen von Manhattan. Oh, stimmt ja. Wir müssen nämlich eine DNA-Probe von den komischen Tierkreuzungen uns besorgen. Von den Echsen. Und wo kann man das am besten? Wo findet man am besten Echsen? Genau. In der Kanalisation. Und dahin begeben wir uns jetzt auch. Und was steht denn in den New York City-Tast drin? Was soll das mit dem Zeppelin? Findet er es nicht auch unpassend, dass im Moment so eine Show abgezogen wird? Nein, die Leute brauchen Unterhaltung. Das hebt die Moral. Plus eins. Whatever. Ist da vielleicht ein Smiley nicht gegangen? Ich will den Bruch von Abwasser am Morgen. Ich auch. Dr. Connors braucht deine DNA. So, wir tun uns am besten sofort bewegen. Moment. Kann ich irgendwie... Genau, ich kann auch irgendwie... Nein, ich kann nicht. Nicht. Moment, aber ich kann doch... Genau, so. Und jetzt da runter. Und er geht gar nicht. Muss ich das vielleicht zukleben? Hä? Okay. Das ist jetzt ein bisschen... Moment, ich... Erst mal auf den sicheren Boden bringen, ja? Nee, das Ding ist ja gar nicht in Bewegung. Also lohnt es sich auch nicht, wenn ich... Hä? Ah. Okay. Von Weitem geht das also. Hä? Hallöchen. Komm zurück, ich hab Käse mitgebracht. Stimmt. Das Ding sah ja aus wie eine Ratte. Genau, so. Einmal dorthin. Und jetzt... Wow! Shit, okay. Also müssen wir da wahrscheinlich schnell entlang. Ja, okay. Ja, sorry. Wusste ich nicht. Aber jetzt. Und jetzt. Wuhu! Au! Au! Au, was ist denn das? Ist das Säure? Au! Blöde Säure. Ganz schön stickig hier. Gut. Wohin müssen wir? Kann ich hier auf den Boden? Ja. Hier ist ja nichts verseucht. Und ich höre ein Comic-Heft. Wuhu! So. Da links ist die Giftsäure. Und hierhin muss ich. Verdammte Axt! So viele verschiedene Tunnel? Ich wollte gar nicht die große Tour. Ich sollte langsam wie eine Spinne denken. Hm. Ja, das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht mitbekommen. Aber ich. Und zwar war das gerade bei dem Kanal hier rechts. Moment. Hier. Da. Ja, ihr hört das wahrscheinlich. Aber das Coole daran ist, dass der Controller vibriert. Also muss ich in diese Richtung. Und das ist ziemlich cool. Das ist ein geiles Feature. Muss ich gerade ehrlich zugeben. Hier oder so. Wow. Oh, wer ist denn das jetzt? Was willst du dann? Ach, der ist auch infiziert. Können die Ratten mich beißen? Können ich die Ratten beißen? Können ich die Ratten abknallen? Können ich die Ratten schlagen? Sieht aus, als wäre das Virus aggressiver als erwartet. Ich muss mich beeilen, bevor es sich weiter ausbreitet. Ah, da ist noch ein Comic-Heft. Es ist überhaupt nicht auffällig. Ist ja so schwer zu finden und so selten. So, aber wo... Ich rede einfach zu schnell. Ich sollte mal vielleicht ein bisschen nachdenken, bevor ich was sage. Wohin muss ich denn jetzt? Moment. Ist das nicht hierhin? Abgehauen? Oder muss ich jetzt vielleicht wieder zurück und wieder meinen super tollen Spinn-Move machen? Es ist schon cool gemacht. Nein. 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 Ja. Dorthin. Oh, na, auf geht's. Wo bist du? Komm raus. Okay, genug gerannt. Ich will dir nicht wehtun. Ich brauche nur eine kleine Probe. Ich gebe dir einen Lutscher, wenn es vorbei ist. Ich verspreche es. Er kommt schon. Hier kommt doch bestimmt gleich wieder so ein infiziertes Opfer. Ja, nicht nur eins, glaube ich. Und. Zack. Wow, da sind gleich vier auf einmal. So, komm zu Papa. Komm zu der freundlichen Spinne. So, wo bist du denn? Au, du kannst ja spucken. Was zur Hölle? Autsch, das tat weh. Okay, so. Das sieht ja alles schön und gut hier aus, aber ich brauche endlich die DNA-Probe. I need this DNA. Ich habe ein paar neue Freunde gefunden. Was ist das Problem? Die Leute da oben. Einige von ihnen verändern sich. Natürlich. Wir können im Moment nur eins tun. Ja, sehr schön. Die richtige Artenkreuzung. Wirklich? Jetzt ist das Signal weg? Egal, ich muss den Rattenjungen finden. Den Rattenjungen. Red Boy, where are you? Ist das vielleicht irgendwie ein Azubi von Batman? Red Boy? Red Boy? Na, komm raus. So, das... Ich dachte, das wäre ein Comic-App. Zeit, die Netze auszuwerfen und diesen Typen zu finden. Ja, auf ein neues, würde ich sagen. So, versuchen wir es mal gleich hier links. In der 44. Nein. Yep. 43. Bingo. So, das ist schon ein Gift-Symbol. Das heißt nichts Gutes. Ein kaputtes Auto. Nö, nichts, was ich eigentlich bräuchte. Oh. Und zack. So, das war's noch mit euch, schönen Ratten. Ihr könnt mich alle mal... Ich brauche jetzt endlich... Kann ich nicht von denen die DNA nehmen? Nee, ich brauche unbedingt die DNA von... diesem komischen Vieh. Aber ich höre ein Comic-Heft. Ich höre eins. Das ist auf der anderen Seite. Oder? Wo ist das Comic-Heft? Oh, Hallöchen. Haha. Ähm. Oh. Okay, oh mein Gott. Das ist alles hier so verwirrend. Labyrinth und... Aber ich höre ein Comic-Heft. Vielleicht auch hier? Nee. Ich glaube hier oben. So. Agieren wir erstmal damit. Damit alle auf einmal ausgeschaltet sind. Autsch. Au. Au. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Hilfe. Ich muss mich heilen. Irgendwie. Geht das nicht von alleine? Ah, doch. Jetzt. Puh. Tut mir leid. Ja, äh. Beschimpf mich ruhig als Pussy oder sonst was. Aber nee. Au. Und jetzt nur noch du. Knacks. Das hätte ich mir schwerer vorgestellt. Puh. So. Ich glaube, ich muss den Ratten hinterher. Das ist so ein kleines... So ein kleiner Running-Gag, dass ich den Ratten hinterher muss. Aber ich habe doch irgendwo ein Comic-Heft gehört. Und... Das muss auch hier irgendwo sein. Vielleicht wenn ich... Das wegschmeiße. Nee, auch nicht. Hört ihr's? Das ist ein Comic-Heft. Und das will ich haben. Kannst du was, was ich wolle? Ist es irgendwie über mir oder unter mir? Oh mein Gott. Ihr habt nichts gesehen. Nö. Ihr habt nichts gesehen. Oh, was mache ich denn? Ich bin schon verblödet irgendwie. Ihr habt nichts gesehen. So, ab den Ratten hinterher. Hm. Ist hier etwas? Nee. Whitney, genau so heißt die Gute. Nicht Chan. Chan. Ich habe eines von diesen Oscorp-Logos gefunden. Das hattest du gesucht, oder? Ja. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Augen offen halten. Da sind sicher noch mehr. Bin dabei. So, Foto speichern. Spider-Man. Ende. Foto abgesichert. Gut. Machen wir weiter. Denn wir wollen ja keine Zeit verlieren. Ach, okay. Was passiert hier? Ah. Geht doch. 1A. Okay, was gibt es hier Neues zu entdecken? Gucken wir erstmal hinter die Gitter. Das scheint nichts zu sein außer Abwasser. Ab in die Kanalisation. Hey, kleine Ratte. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Oh, diese, 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 diese Rattenjagd. Wow. Okay. Das ist ein bisschen größer dagegen. Gegner. So, einmal hingeklebt. Ist hier etwa noch einer? Ne, der gibt einfach nur stöhnende Laute von sich. Oh, hier ist wieder alles verpestet und verseucht. Da hat wohl jemand eine Erkältung. Okay. Moment, komme ich nicht von hier? Ja, genau. Da hängt der Gegner. Also muss ich jetzt erstmal dorthin. Oh, hätte ich lieber eine Tarnattacke gemacht. Oh mein. Halt mal die Bücken. So. Damit wäre es auch du ausgeschaltet. Zwei fliegen mit einer Klatsche. Klappe. Klatsche. Ich habe keine Ahnung. Ich bin deutlich Ausländer. Bleib über, bleib über oder hinter ahnungslosen Gegnern, um eine Tarnattacke auszuführen. Ist hier unten etwa jemand? Nö. Ninja-Modus. Der hat mich nicht gesehen. Tarnattacke. Acht, da unten ist ja auch noch einer. Wer hat mich bemerkt? Ich tue euch doch gar nichts. Ihr tut mir weh, also tue ich euch weh. Ich nenne dieses Werk, das Tarnattacke. So, jetzt noch den hier ausschalten. Auf. Oh, jetzt habe ich aber langsam die Faxen dicke von euch. Könnt ihr nicht endlich sterben? Auf. Ruhe dich aus. Spürst du es? Nicht jetzt. Oh Gott. Endlich. Hoffentlich warst du schon auf der Toilette. Oh mein Gott, wir sind verletzt. Ich bin total im Arsch. Okay, so. Also ein bisschen Leben wieder regeneriert. Ja, da hinten sind auch schon die Nächsten. Ist gar nicht gut. Da sind vier oder so. Moment, aber wenn ich damit agiere, dann könnte ich alle auf einmal ausschalten. Ja, habe ich alle? Ja, ich habe alle. Das ist wirklich so klug hier auf dem Boden zu laufen. Oh, und wir haben ein neues Upgrade. Fotos, null von drei. Hä? Ich habe doch... Oh, was war denn das? Wenn ich das nächste Mal Ratten-DNA brauche, gehe ich in die Zoohandlung. Äh, okay. Wäre auch wahrscheinlich sinnvoller Spidey. Ich muss aus dem Schatten heraus angreifen. Ja, tue ich doch die ganze Zeit. Aber trotzdem bemerken wir uns. Ende im Gelände. Bleib über oder, ja, ahnungslosen Gegnern. Mach ich doch die ganze Zeit. Glaub ich, ich hole mir zuerst den hier. Und weiter mit dir. Hat der einen etwa nicht gesehen? Oder gibt einfach nur so Laute von sich? Ach, da sind die hier oben. So, jetzt aber hier ab da. Ich will langsam diese Mission beenden. Oh mein Gott, nee. Da sind wie viele? Jetzt neige ich selber den Kopf. Eins, zwei. Ja, eigentlich sind da nur drei. Aber trotzdem nervig. Ich weiß nicht, wie ich den Kopf halten soll. So, genau. Drei Stück sind hier. Am besten ich will mit den hintersten zuerst. Obwohl, der Idiot läuft hier auch ständig rum. Hat er es gemerkt? Natürlich haben die es gemerkt. Wären ja dumme, wenn sie es nicht gemacht hätten. Ja, und jetzt auf dich. Bäm, 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 bäm. Signature move. So. Weg mit ihm. So, jetzt haben wir einfach den Ratten hinterher. In die Richtung muss es schon eigentlich gehen, aber... Ach, ich Idiot. Ne, Moment. In die andere Richtung müsste es gehen. Aber wohin genau? Ich weiß es nicht. Ich muss es herausfinden. Ah, hier. Okay, Herbst. Da bist du! Mann, hau doch nicht ständig... Wow! Hau doch nicht ständig ab! Komm her! Ich tu dir auch nicht weh, ich brauch doch nur eine DNA-Probe. Mäuschen! Puh, 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 puh. Na, ist das eklig hier alles. Da bist du endlich. Ich wollte nichts stören, aber ich bin gerade nebenan eingezogen und wollte fragen, ob ich mir eine Blutprobe leihen kann. Das ist nicht die Nachbarschaftshilfe, auf die ich gehofft hatte. Tu doch die Blutprobe einfach entnehmen, Spidey. Mehrfach ausweichen. Oh, man! Das war Skill. Au. Komm raus, komm raus, ich finde den! Puh, 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 puh. Au, 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 au. Ist das ein Bosskampf? Wow! Ah, oh, ich bin noch ausgewichen. Kann ich hier etwas nicht haben? Ich hab mein Monster verloren. Erza, hab ich dich. Wenn du nichts ausmacht, ich müsste mir jetzt wirklich etwas Blut leihen. Hast du was gehört, Stinky? Oh, Mann. Was macht ein Ostkorb hier? Könnt ihr mich nicht einmal in Ruhe lassen? Oh, bitte, was ist denn? Muss das sein? Oh, ja! Au, das ist nicht dein Ernst. Das ist wirklich nicht dein Ernst. Was soll denn das? Mann, ey, aber hoffentlich muss ich jetzt nicht wieder gegen diesen Red Boy kämpfen, ey. Oh, das ist jetzt wirklich, das ärgert mich. Ah, okay, gut. Halt, du musst mich überspringen. Es sind noch nur zwei Viecher, Mann. Wieso kann ich die nicht töten, einfach? Einer, weg! Die sind doch so leicht. Au. Oh, jetzt aber. Scheiß Viecher. Lass mich doch mal in Ruhe. Mann. Wohin muss ich denn? Wohin muss ich? Ah, okay. Endlich nach draußen. Dieser Gestank. Ich muss mir, glaube ich, zwei Wochen lang duschen. Na, das war aber auch heftig. Ey, die Suche allein hat schon keine Ahnung, 20 Minuten gedauert, glaube ich. Dann noch mal zwei, drei Minuten. Nein! Folge den Ratten. Das muss ich noch mal machen. Oh mein Gott, wie viele Ratten. Warte, wie hieß das? Rattenflöter? Rattenflüsterer? Keine Ahnung. Der mit dieser komischen Pfeife oder so. Ja, Flöte, Pfeife. Der, wo auf jeden Fall die Ratten kontrolliert. Boah, das sieht aber schon heftig aus. Das ist ja kleine Mini-Pikachus, ja? Ne, Pikachu ist ja eine Maus. Scheiße, so eine kleine Rattenpfadze. Wo haben wir den Ratten? Hm, wo fühlen die Ratten mich? Aber das sind ganz schön viele. Das sind Millionen von Ratten. Oh mein Gott. Da ist ein Comic-Heft. Das möchte ich noch gerne haben. Habe ich doch. Oh, die Ratten. Sie haben ein Ende. Ach nee. Es geht nur hier weiter. Red Boy. Mega Ratten. Na, ich gehe da nicht wieder runter. Pumpstation beitreten. Nö. Das mache ich jetzt nicht. Denn ich verziehe mich jetzt zurück in mein Apartment. Wenn ich das dann irgendwie auf dem Navi habe. Auf dem Navi sei ich schon. Auf dem GPS. Da möchte ich jetzt wirklich nicht hin. Weil ich möchte den Part so gerne jetzt beenden. Also, wo ist mein Apartment? Wow. Obwohl. Ich suche das Apartment einfach offscreen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich mache hier einen schönen Ab... ...Stecher wollte ich jetzt sagen. Ähm. Da oben ist wieder ein Comic-Heft am Fliegen. Ähm. Oh yeah. Ich denke, das ist ein schöner Schluss einfach für diesen Part. Ich verabschiede mich von euch. Das war's. Diesmal mit Spider-Man. Da links fliegt ein Comic-Heft. Da unten fliegt ein Comic-Heft. Oben fliegt ein Comic-Heft. Überall Comic-Hefte. Und... Ich wünsche euch einfach noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Schönes Wochenende. Wie auch immer. Wir sehen uns. Bye-bye. Euer Lubu. Ein bisschen понятно. Vielen Dank.